Hallo, ich muss die Uhr im Bild halten, aber ich glaube, es dauert Ihnen nicht so lange. Ich bin Johannes, ich bin eigentlich Ökonom und Anthropologe, also ich bin Kooperationsforscher und Spieltheoretiker. Ich bin kein Programmierer, also an dieser Stelle leider muss ich das doch sagen. Und uns ist vor einem Jahr oder anderthalb Jahren aufgefallen, dass es eigentlich, ich als Ökonom habe viel mit Datensätzen zu tun, großen Datensätzen, GDP etc. Und uns ist aufgefallen, dass es eigentlich irgendwie diesen Atlas, wie wir den in der Schule kannten und wie der auch vielleicht uns auch geärgert hat, dass es den gar nicht mehr gibt. Und dass es halt total schwierig ist, mal einen Ort zu finden, an dem wirklich einfach mal alle Daten findet. Und dann haben wir halt irgendwie recherchiert und geguckt und irgendwie gibt es den immer noch nicht. Ich meine, den wird es jetzt bald mal geben und wir wollen halt versuchen, wenigstens einer dieser Orte zu sein. Das heißt, was wir jetzt seit anderthalb Jahren machen, ist, wir beschäftigen uns eigentlich mit der Frage, wo kriegen wir Datensätze her? Jetzt erstmal wirklich, also jetzt wirklich gar nicht offene Daten, kleinen von WienGV oder so, sondern einfach mal Daten von UN, von NGOs etc. Daten, die öffentlich zugänglich sind, die aber in Reports schlummern, die total unkonsumierbar sind, die aber letztlich einer großen oder einer weiten Bevölkerung eigentlich im Endeffekt verständlich aufbereitet gemacht gehören und auch zugänglich gemacht gehören an einem Ort. Damit sie auch im Endeffekt die Multiplikatoren, die wichtigen, nämlich eigentlich Zivilgesellschaft, NGOs, Experten, Journalisten auch zugänglich haben und auch benutzen, weiter benutzen können. Und das Wichtige ist auch, dass halt eben Fragen, die gerade halt sehr drängend sind, nämlich Fragen gerade im Bereich Umweltschutz, Artenschutz, Menschenrechte, auch in seinem Zusammenhang verstanden werden. Weil einleitend möchte ich sagen, es ist allen Leuten klar, dass der Gorilla gefährdet ist zum Beispiel, aber die meisten Leute wissen gar nicht warum. Und wenn man sich halt überlegt, warum der Gorilla gefährdet ist, das hat unter anderem damit zu tun, dass die Menschen, die da leben, in Uganda zum Beispiel, wo der Gorilla halt gefährdet ist, dass die halt wegen der aktuellen Krisensituation kein Geld mehr haben, um sich die Kohle zu leisten. Weil nämlich die Kohlepreise künstlich hochgehalten werden von Warlords, deswegen gehen die Leute in den Wald, roden ab, da kommen wir schon wieder zum Datensatz, und gefährden letztlich den Lebensraum des Gorillas noch dazu. Das heißt also, viele Probleme haben im Endeffekt unterschiedliche Gründe, und wir wollen einfach Daten miteinander sprechen lassen und wollen Zusammenhangswissen fördern. Das heißt, wir haben eigentlich in den letzten Monaten uns nur damit beschäftigt, tausende Datensätze zu wälzen und zu finden. Dazu gehören GIS-Datensätze, wie zum Beispiel die UCN Red List oder WDPA, wo es auch unter anderem zum Beispiel auch um Deforestation geht. Jetzt reden wir gerade auch mit Leuten, die uns Zugang zu den Copernicus-Daten geben. Copernicus ist ein ESA-Satellit, der halt echt ziemlich hochfrequent eigentlich uns schöne Bilder geben wird. Und wir möchten halt diese Daten halt vermischen mit Daten, die halt einfach jetzt mal nicht direkt GIS-Daten sind, sondern Daten auf politischer Ebene halt stattfinden. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Programmierer. Also keine Shape-Files zum Beispiel, sondern jetzt mal einfach CSV. Also alles, was man irgendwelche politischen Entitäten mit ISO-Codes verlinken kann, bis auf die unterste Ebene, können wir interagieren lassen mit Dingen, mit Dingen, die an einem Punkt passieren, in PIN-Form oder auch mit Dingen, die irgendwie sich in Polygone pressen lassen. Und wir arbeiten da auch zusammen mit relativ vielen NGOs mittlerweile. Wir arbeiten mit Reporter ohne Grenzen zusammen, mit dem Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung, auch mit den Universitäten Yale und Columbia, die unter anderem zum Beispiel den Environmental Performance Index rausbringen, der halt die ökologische Leistungsbilanz von Staaten erfasst, mehr oder weniger uns eigentlich darüber Auskunft gibt, wie es um einen Staat jetzt erstmal bestellt ist. Es geht jetzt auch weiter demnächst auf subnationale Ebene. Hier können wir uns halt einfach angucken und auch durchklicken bei uns auf dem Atlas schon, wie steht es zum Beispiel um Environmental Health, um Ecosystem Validity und können einfach Aggregate von Wissenschaftlern in der Tiefe erfahren und im Zusammenhang verstehen lernen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Air Quality, wo wir dann im Endeffekt solche Indikatoren auch mit Live-Daten oder echten Daten halt von Copernicus etc. eben zusammenspielen lassen können. Dazu gehören aber zum Beispiel auch diverse und auch umfangreiche Konfliktdatenbanken, wie zum Beispiel SIPRI oder hier der HIIK, wo man mittlerweile ziemlich genau sehen kann, wo eigentlich in den letzten Wochen und Monaten wie viele Menschen umgekommen sind durch welche Art und Weise. Das wird ziemlich genau von ganz vielen verschiedenen Organisationen erfasst. Die Daten liegen da. Und wir können halt mit relativ einfachen Mitteln jetzt hier nur Maps. Wir gehen gerade weiter auf Infografiken, auch jetzt in der Programmierung und auch wir erweitern gerade auch sehr stark auf subnationale Ebene. Wir können halt ein 400 Seiten Report für ganz viele Menschen einfach zugänglich und verständlich machen. Und das ist halt das, was wir halt eben versuchen. Und natürlich, und das ist eigentlich das Wichtige, auch einfach konsumierbar auf mobilen Devices machen, damit halt eben Daten auch wirklich von der Bevölkerung verstanden werden. Weil was hilft es uns, wenn wir Daten hochbringen, aber keiner sie kriegt. Und was wir natürlich eben, was wichtig ist auch, wir nehmen halt eigentlich nur offene Datensätze, also im Endeffekt Datensätze, die auch wieder weitergegeben werden dürfen. Das heißt, was wir halt eben hoffen, ist halt, dass Menschen das auch als Research-Tool benutzen. Gerade halt Journalisten sind zwar gut, aber sind keine Datenexperten. Das heißt also, wenn wir da halt den Weg zum Journalisten verkürzen können, dann glauben wir halt, dass wir Daten viel mehr rausknallen können. Das Zweite, was wir eben machen möchten, ist tatsächlich Menschen auch zum Uploaden von Daten zu animieren. Bis jetzt ist es möglich, also wir launchen erst im Herbst, es ist halt möglich, Shapefiles, CSVs, alles hochzuladen bis auf subnationale Ebene. Alles, was irgendwie mit GIS zu tun hat, alles, was irgendwie einen Ort hat, jede Information, die irgendwo einen Ort hat, ist bei uns hochladbar. Wir fangen jetzt auch an, auch mit der Stadt Wien erste Kontakte aufzunehmen, wegen der offenen Daten, auch wegen eines anderen Projekts, wegen eines Flüchtlingsprojekts, New Year, vielleicht sagt das irgendjemand was, das ist ein Atlas für geflüchtete Menschen, dass die sehen können, wo ist zum Beispiel WiFi, Wasser etc. Und da schreiben wir jetzt auch dann erste APIs. Oder die zapfen wir an. Ja, was man bei uns auch machen kann, in puncto Daten zum Leben erwecken, ist natürlich, und das ist halt das Nächste, was wir jetzt machen, ist halt die Frage, wie kann man Datensätze miteinander interagieren lassen. Das heißt, wir arbeiten jetzt sehr stark auch an visuellen Tools, Tools für Data, die Data Literacy erhöhen sollen, also Data Driven Journalism oder Data Journalism, also ausgehend von einem Datensatz oder ausgehend von einer Story, von einem Thema, möchten wir Menschen halt die Möglichkeit bieten, auch extern embeddbare Indikatoren-Sets einfach zu machen, wo man sich durch einzelne Indikatoren durchklicken kann, Texte, Bilder dazu auch geben kann und einfach im Endeffekt einen Vergleich über bestimmte Indikatoren-Sätze ermöglichen kann. Das wird für jeden zugänglich sein. Das wird auch kostenfrei sein. Das ist eh alles Open Source, was wir benutzen. Und wichtig eben Journalisten, was wir halt eben möchten ist, und das ist halt eben das, wir haben jetzt mit vielen Journalisten gesprochen, wir glauben halt, dass die tatsächlich das benutzen werden, wenn es einfach ist, und da arbeiten wir dran. und dass wir halt eben zeigen können, wenn ihr euch Datensätze anguckt, wir möchten halt, dass ihr seht, was mit dem Datensatz schon alles gemacht worden ist. Das heißt, uns ist total wichtig, dass wenn ihr bei uns in der Datenbank seid und ihr klickt auf irgendeine Datenbank, das kann wirklich Air Quality sein, dann möchten wir, dass ihr halt zu den Menschen kommt, die mit dem Datensatz schon gearbeitet haben und sehnt, was die mit diesem Datensatz angestellt haben. In welchen Kontext haben die den reingestellt, wie haben die den interpretiert, etc. Weil das eigentlich der Mehrwert ist. Weil ich bin halt eben Ökonom und Statistiker, ich weiß halt, dass man keiner Statistik trauen soll, die man nicht selber gefälscht hat. Das heißt, Daten an sich sagen mal gar nichts. Es geht immer darum, dass uns ein Experte, die auch ins richtige Licht rückt. Und das wollen wir halt erreichen. Ja, und das sind wir. Ich bin jetzt auch fertig. Das war nicht so lang. Ich bin Johannes und wir sind mittlerweile ein viel größeres Team. Das Kernteam von Anfang, wir waren zu fünf, wir sind mittlerweile so zwischen 20 und 30 Leuten. Programmierer, Infografiker, aber auch Juristen, Anthropologen, Politologen und so weiter. Und ja, wir arbeiten jetzt seit anderthalb Jahren ehrenamtlich dran. Unser Verein ist auch gemeinnützig. Und ja, wenn jemand Lust hat, wir sind immer gerne bereit für neue Menschen. Denn wir glauben halt, dass eigentlich diese Challenge, die wir da gerade eigentlich aufgerissen haben, viele Menschen braucht, um sie zu bewältigen. Und ja, versuchen wir es. Danke. Vielen Dank. Super spannend. Ich habe auch gleich eine Frage. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es noch nicht mitbekommen. Wann steht alles zur Verfügung oder wie ist euer Zeitrahmen? Oder redet ihr darüber nicht gerne? Also wir wollten eigentlich schon gelauncht sein. Das Problem war, dass dazwischen halt ein Projekt für geflüchtete Menschen in Wien dazwischen kam. Das heißt New Year. Und das ist ein Atlas für geflüchtete Menschen. Das heißt, wir aggregieren, wir geben eigentlich NGOs die Möglichkeit, ihre Angebote reinzuknallen. Ich will das kurz loswerden, wenn ich darf. Alle, die gesamte Zivilgesellschaft, NGOs können ab dem 20. Juni in eine Seite ihre Angebote reintun. Wir übersetzen alles. Wir haben eine Horde an Übersetzern in vier, fünf Sprachen. Arabisch, Farsi, Englisch, Französisch, Deutsch. Also Deutsch übersetzen nicht. Und möchten halt über einen sehr stark pictogrammbasierten Ansatz halt eigentlich Menschen, die auch vielleicht Schwierigkeiten beim Lesen haben, Möglichkeiten geben, Angebote zu finden, Deutschkurse etc. Denn die Orientierung in Wien ist ein Problem. Und dieses Problem hat bestimmte Überschneidungen mit 23 Grad. Und deswegen haben wir das vorangestellt, weil das jetzt nötig und wichtig und dringend war. Deswegen wird der Launch im Herbst dieses Jahres sein von der Alpha-Seite. Und wir werden nach und nach immer mehr Tools dazu schalten und Funktionen. Lange Antwort für eine kurze Frage. Entschuldigung. Spannende Antwort aber. Sonst noch jemand fragen? Viele Fragen, viele Fragen. Ich fange mal hier links an. Hallo. Du hattest Kopernikus erwähnt, Satellitendaten. Sind es die Sentinel, die vier Sentinel-Satelliten? Wir haben jetzt Kontakt zu jemandem von der ESA. Ich weiß, dass jetzt die neuen Sentinel-Daten oben sind, wo es aber eher um Sicherheit auf den Meeren geht. Oder ist das falsch? Viel. Es geht, glaube ich, die messen ja im Endeffekt, wenn ich es richtig, ich bin jetzt eben nicht der Ökologe, der sich damit befasst. Also mich bitte nicht blamen. Aber ich glaube, da gibt es ein riesiges, ein riesiges Set an Daten für alles. für CO2 im Boden gebunden, etc. Für Deforestation. Also Indikatoren, die uns auch klar machen. Ich glaube, auch Fußballfeldgröße teilweise, oder? Wie sich da zum Beispiel Vegetation geändert hat, etc. Also das sind Wasserqualitätsdaten, Luftströmungen, alles. Ich habe das Thema Sentinel, wenn ich das höre, ich glaube, vielleicht wissen Sie das besser, aber ich glaube, das hat irgendwas mit Sicherheit im Mittelmeer auch zu tun. Kann das sein? Ist das falsch? Nein? Okay. Die Zentralanstalt für Meteorologie hat eine weitere Mirror-Seite für die Sentinel-Daten, die ja schon online sind, auf diversen Plattformen, aber ich glaube, noch nicht in Österreich. Diese Woche, also die Zentralanstalt für Meteorologie hat eine Mirror-Plattform für diese Daten. Und die sind ja so Open Data verfügbar seit dieser Woche. Dankeschön, genau. Ich glaube, ihr solltet euch über ein Bier noch weiter über das Thema unterhalten. Dann waren hier auch noch weitere Fragen. Ich taste mich so von links vor. Clara? Seid ihr in Wien beheimatet? Okay. Das Nächste, wenn ihr anbietet, dass Organisationen ihre Daten bei euch hochladen können, wie macht ihr das serverseitig? Also ich meine, wenn es zum Beispiel eben so Geodaten, Satellitendaten sind, das kriegen sie ja ungemein große Datenmengen. Also es wird bei uns jetzt so sein, dass halt in dem ersten Teil GIS-Daten zum Beispiel noch nicht hochgeladen werden können. Das heißt also, alles, was man bei uns erstmal hochladen kann, sind eigentlich CSVs und Excel und sowas. Also die haben halt echt keine Menge. Und wir werden dann halt eben einfach gucken, dass wir tatsächlich entweder durch Unterstützer oder aber auch tatsächlich durch Angebote an kommerzielle Nutzer, also weil wir möchten halt, dass es für alle frei bleibt. Aber Menschen jetzt allein schon, wenn man jetzt so eine Visualisierung extern embeddet und jetzt kommt zum Beispiel irgendwie die New York Times. Sagen wir uns mal vor, jemand von den New York Times embeddet was von uns. Da ist alles direkt down. Also das heißt, wir können mit unseren Server-Kapazitäten gerade gar nicht eigentlich im Endeffekt das Hosting für die ganzen Leaflet-Geschichten da einfach machen. Das heißt, wir müssen für solche Leute im Endeffekt, jetzt nicht den einzelnen Journalisten oder Blogger oder sowas, sondern für halt irgendwie Redaktionen, wenn sie es machen, halt schon was nehmen. Aber im Endeffekt suchen wir halt einfach noch Unterstützern, die das halt einfach tragen. Wir sind da auch mit Leuten im Gespräch und hoffen halt, dass es geht. Also das wird halt die Challenge sein, so ein bisschen, glaube ich. Gerne. Auch ihr solltet euch unterhalten, weil die Clara kommt vom Open Data Portal Österreich und ja, wir machen ein bisschen was ähnliches da. Dann ist hier die nächste Frage, glaube ich. Hallo, ich habe dich leider nicht gut gehört. Hast du gesagt, you here, wie neu here? Ja, also new, also nicht you. okay. Dann die zweite Frage, habt ihr Kontakte zur UNO und zur OSZE beziehungsweise wie beäugen die euch denn? Nein, ich meine 23 Grad. Was ich halt weiß ist, dass halt die ganzen NGOs, die interessant sind, also erstmal, die haben sowieso schon alle Daten. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt mal Varisk Maple Craft anguckt, einen der großen Business Intelligence Risk Assessment Dinger, Nasdaq gelistet, wenn die halt, das ist ja das Problem, man kann theoretisch mit dem Ding echt Geld machen eigentlich. Aber es gibt halt schon total viele Firmen, die das sowieso schon machen. Wenn die wollen würden, gäbe es nach zwei Wochen diesen Atlas. Aber es ist halt so viel Geld damit zu machen und das ist halt der Grund, warum es das halt noch nicht gibt. Und das ist so ein bisschen die Krux dabei. Das heißt also, die ganzen, die du halt meinst, die sind eh schon Kunden bei denen. Das heißt, die haben eh schon Zugriff zu diesen Daten. Ernsthaft, also egal mit wem du dich unterhältst, das ist schon, das ist jetzt gar nicht so die Sache. Die Challenge ist halt einfach, so ein Ding irgendwie hinzukriegen und auch zu erhalten, sodass es halt der Öffentlichkeit einfach zugänglich gemacht wird. Und das ist so ein bisschen die Challenge dabei. Weil ehrlich, die Idee ist jetzt nicht umwerfend neu oder so. Also die Idee, fülle die ein anderes Kleid, nämlich irgendwie, wir machen Consulting und wir sagen euch, wo ihr am besten nicht investiert, weil da demnächst eine Dürre kommt, ein Feuer und ein Protest. Das ist eigentlich das Gleiche, nur halt, dass es eben nicht gut ist. irgendwie. Gibt es noch weitere Fragen? Anschlussfragen? Weitere Fragen? Okay. Kann man bei euch die Daten dann auch als, also über eine Schnittstelle abrufen oder werden die nur menschenlesbar zur Verfügung gestellt? Also in einem ersten Schritt werden wir noch keine Schnittstellen haben, aber wenn, also, aber das liegt aber nur an der, an der Kapazität. Also wir haben jetzt halt zweieinhalb Programmierer, die das alles stemmen und für wenig Geld, fast Vollzeit. Und also wenn hier jemand ist, der Lust hat, es hängt an den Kapazitäten, nicht am Willen. Ja, der Geld braucht, da können wir leider nicht mit Ihnen. Ach, der kein Geld braucht, ja, da soll es ja so komische Menschen geben wie uns. Dankeschön. Noch eine Frage, jawohl. Es geht immer weiter nach hinten. Ja, auch nochmal in Bezug auf die Möglichkeit eben Datensätze hochzuladen. Würde mich interessieren, also wenn es jetzt gut läuft und es viele Organisationen gibt, die das machen, würde mich interessieren, ob ihr plant, Möglichkeit, die Möglichkeit zu haben, diese Datensätze in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren und auch, also auf die Datenqualität zu kontrollieren und genau, wenn es sozusagen weitergeht, auch wie ihr dann entscheidet, entscheiden werdet, was für euch eigentlich interessant ist und was möglicherweise nicht interessant ist für euch. Also, ich fange mal mit Frage 2 an. Was interessant ist und was nicht interessant ist, das ist tatsächlich der Ausgangspunkt. Das heißt also, wir gehen ja wirklich Datensätze durch, gucken halt nach, jetzt muss man sagen, man kann niemandem wirklich trauen, ja, also jetzt mal, kann auch letztlich UN-Daten nicht wirklich trauen von mir aus, ja, so, jetzt mal so unter uns, wie auch immer das unter uns jetzt hier ist. Nein, aber man muss halt, irgendwo muss man sich halt überlegen, okay, welche Daten lassen wir zu und wir haben uns schon thematisch erstmal jetzt festgelegt oder wenigstens erstmal eingegrenzt, also das schon mal, das ist natürlich unsere Interessenslage gewesen und wir haben tatsächlich auch natürlich ganz gezielt nach glaubwürdigen, also unserer Meinung, ja, westliche Erziehung, Schulsystem, Studium, unserer Meinung nach, validen Datenpartnern gesucht und Validität oder Glaubwürdigkeit hat für uns auch vorhin erstmal, dass die Methodologie offengelegt wird, zum Beispiel für die Berechnung von GDP oder sowas, es gibt halt total verschiedene Möglichkeiten, auch einen Gini-Koeffizienten zu berechnen und auch bei all diesen Punkten, da nehmen wir schon auch eine, teilweise auch natürlich eine Selektion vor, ganz ehrlich, also das ist schon die Sache, das zweite mit dem Hochladen, es wird halt einen Unterschied geben, es wird halt einfach einen Stock an 23 Grad Daten geben, Datensätzen geben und es wird halt einen Stock auch an einsehbaren, von Nutzern hochgeladenen Daten Datensätzen geben und wir gucken uns das dann halt, das Coole ist ja eben, wenn das funktionieren sollte, dann sehen wir ja im Endeffekt, wo bestimmte Daten herkommen, ob die benutzt werden und können dann, weil auch Quellen bei uns verpflichtend sind, wir können dann gucken, was das für Daten sind und wenn sie gut sind, können wir sie selber übernehmen. War das beides? Okay. Noch eins, die UN ist noch nicht auf uns zugekommen, wollte ich nur sagen und OSZE so halb. Okay, eine letzte Frage vielleicht noch? Keine Fragen mehr? Doch, eine noch, okay. Jemand ergreift die Chance? Mikro kommt. Ich wollte nur fragen, woher kommt der Name 23 Degree. Die stehen eigentlich gerade. Ah, die Leute im Radio. Das ist der Erdneigungswinkel auf der Umlaufbahn der Erde zur Sonne und es ist halt eben 23 Grad, die Ärger ist leicht geneigt und das klingt jetzt platt, aber wir wollen die Erde halt so zeigen, wie sie ist und sie ist halt ein bisschen schief und das war es halt. Vielen Dank und viel Erfolg mit dem Projekt. Würde uns sicher freuen, dann mal wieder einen Zwischenstand hier bei uns zu hören, wenn es dann mal richtig losgeht. Dann widmen wir uns jetzt den Lightning Talks und dann würde ich die Kollegen vom CCC Wien nach vorne bitten. um ihr Herbstprogramm vorzustellen, damit wir alle wissen, worauf wir uns im Sommer freuen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jawohl. Hallo. Wahrscheinlich kennen mich jetzt die meisten hier eh schon. Jinx vom Chaos Computer Club Wien, C3W. Wir haben da mal was ausgeheckt. Und zwar haben wir in Planung und eigentlich nicht nur in Planung, also es geht demnächst wirklich los. Also es geht demnächst wirklich los. Vom 24. bis 30. Oktober eine Privacy Week geplant. Und wie bitte? Ah ja, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich sehe schon jemand aus unserem kleinen, aber feinen Vorbereitungsteam, der mir die Slides vorhin zugespielt hat, hat da einen leichten Tippfehler veranstaltet. Also es ist 2016. Wir reden über den kommenden Oktober und ignorieren jetzt kurz diesen Tippfehler, der wird uns gleich nochmal begegnen. Wie man sich beim Titel schon denken kann, es geht um Privatsphäre im digitalen Zeitalter. Wunderschön. Falls jemand schon Bingo hat, bitte jetzt rufen. Themengebiete, Media Literacy, Verschlüsselung. Wir haben eigentlich das weite Feld vor uns und sind da bei der Vorbereitung natürlich jetzt gerade dabei, bekannte, Mitarbeitende, Organisationen anzusprechen, die sich jetzt beteiligen möchten mit Talks, mit allen möglichen Workshops, Podiumsdiskussionen. Ach ja genau, die Menschen im Radio. Ich lese jetzt nochmal kurz ein paar mehr von unseren schönen Schlagwörtern vor. Datenschutz, Safe Harbor, Vorratsdatenspreicherung, Tracking, Digital Life, Quantified Self, Assisted Living, und E-Health, also alle schönen Gebiete, wo dann auch wirklich viele, viele Daten anfallen. Und zwar, das Datum verrät es ja eh, die 100 Jahre diskutieren wir jetzt mal weg. Den Auftakt macht das Elevate in Graz und die Big Brother Awards sind dann genau in der Mitte und wir verteilen uns dann mit Talks, Workshops, Vorträgen, Webinaren, Barcamp, einmal rundherum. Es wird auch ein Kulturprogramm geben, halt in Kinos, mit Lesungen und sonstigen Kunst- und Kulturevents. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu euch. Wer jetzt noch Ideen hat, sagt, wir haben noch was ganz Tolles, das braucht ihr unbedingt oder habt ihr den und den schon gefragt oder sonst was. Immer gerne zu uns. Wenn jemand sagt, hmm, vielleicht habe ich eine Idee, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, in zwei Wochen geht der offizielle Call for Participation raus über die Website. Da gibt es dann auch einen Frapp, da könnt ihr euch eintragen. Und ansonsten sind wir nachher noch da für Fragen, Antworten, ein Kaltgetränk oder ähnliches. Dankeschön. Dankeschön. Dann freuen wir uns alle schon auf den Herbst und auf den nächsten Talk. Für alle, die noch nicht wissen, was sie am Wochenende machen wollen oder vor allem ganz konkret morgen Abend, wenn ich das richtig sehe, hat unser Tom noch einen Veranstaltungstipp. Ja. Morgen um 17.30 Uhr gibt es eine Demonstration in Wien, Marilferstraße, Ecke Neubergasse, für ein freies, offenes Internet. Wenn ihr euch umdreht, könnt ihr schon ein bisschen etwas von dieser Demo sehen. Es sind nämlich so ein paar der Schilder, die wir schon produziert haben. Es gibt noch einiges mehr. Der Grund für diese Demonstration ist das Plenum der europäischen Regulierungsbehörden. Die 28 Telekom-Regulierungsbehörden in Europa treffen sich jetzt nämlich gerade in Wien, um über die neuen Regeln zur Netzneutralität zu entscheiden, die dann für eine halbe Milliarde Menschen definieren werden, wie offen und frei das Internet noch sein wird. Und um anlässlich dieser physischen Manifestation von einem sehr komplexen Thema wie Netzneutralität ein Zeichen zu setzen, treffen wir uns um 17.30 Uhr vor der RTR, der Telekom-Regulierungsbehörde. und die ist Marilferstraße 77 bis 79. Wenn euch das nicht sagt, ganz einfach die Ecke Marilferstraße-Norbergasse bei der U3-Norbergasse, wenn ihr da hoch geht auf der großen Kreuzung steht, um 17.30 Uhr, dann werdet ihr uns morgen sehen. Wir haben auch noch einige leere Schilder da. Wenn sich jemand von euch verewigen will mit irgendeinem Spruch, könnt ihr einfach da nach hinten ins Whateverlab gehen. Das sind noch ganz viele leere Schilder, die man bemalen kann. Ansonsten kommt einfach um 17.30 Uhr vorbei. Offizielle Ankündigung findet ihr auf akvorrat.at und auf netzfreiheit.org oder futurezonestandardnetzpolitik.org die üblichen Verdächtigen. Und ja, schaut vorbei. Danke. So, eh der nächste Sprecher. Jawohl. Dann haben wir den dritten Lightning-Talk zum Thema Demontage Bundestrojaner. Auch hier. Werner Reiter, AKVorrat. Wer letztes Mal schon da war, weiß, was der Bundestrojaner ist. Es ist eine staatliche Spionasensoftware, die das Justizministerium plant und die wahrscheinlich noch vor der Sommerpause beschlossen werden soll. Wir starten eine kleine Aktion dazu und zwar am Dienstagvormittag 10.30 Uhr, wer Lust hat, vorbeikommen vor das Justizministerium. Bei mir im Garten grast gerade der Prototyp des Bundestrojaners und wir werden den am Dienstag vor dem Justizministerium fachgerecht zerlegen. Das heißt, alle Argumente, die wir gegen diese Software haben, werden wir dann auch physisch gegen dieses Ding anwenden. Dankeschön. Sehr schön. Wir hatten schon einige Veranstaltungstipps, aber es kommt noch mehr und es wird nicht langweilig werden. Der ein oder andere regelmäßige Besucher dieser schönen Veranstaltung mag sich erinnern, dass wir vor ein paar Monaten schon mal Kollegen da hatten zum Thema digitale Arbeit und Plattformkapitalismus und da gibt es ein kleines Update beziehungsweise eine Veranstaltung, die hier angekündigt wird von Markus. Ja, danke. Markus Elmer von der Uni Salzburg. Ich habe mit meiner Kollegin geht's so? Ah ja. Ich habe mit meiner Kollegin Julia Hoffmann von der J.K. Linz für nächste Wochen eine Veranstaltung in der AK Wien geplant, eben in Kooperation mit der AK Wien eben zum Thema digitale Arbeit und Plattformkapitalismus. Also Hintergrund ist der, dass ich mit der Julia einen Kurswechsel rausgegeben habe. Kurswechsel ist eben eine Zeitschrift für gesellschafts- und umweltpolitische Alternativen, die eben versucht, aktuelle Schlagworte sozusagen eben aufzugreifen und eben dann mit verschiedenen Beiträgen, verschiedenen wissenschaftlichen Beiträgen auch eben dann in einem Heft zusammenzufassen. Eben nächste Wochen, ich brauche noch kurz meinen Schummler, eben am 8.06. um 17 Uhr in der AK Wien. Fragen, die dann behandelt werden, sind wie eben digitale Arbeit zum Beispiel in breitere Trends in der Arbeitswelt eingeordnet werden kann. Eben zum Beispiel Stichwort Prekarisierung, Stichwort Outsourcing, wie der Arbeitsbegriff im digitalen Kontext sozusagen verunsichtbar wird und eben arbeitsrechtliche, arbeitspolitische und arbeitsethische Fragen in Bezug auf plattformbasiertes Arbeiten. Also wie gesagt, nächste Woche am 8.06. um 17 Uhr in der Arbeiterkammer Wien. Danke. So, und dann haben wir noch einen letzten Veranstaltungstipp von der Clara, ganz kurz, zum Thema Open Data auch. Ich wollte nur noch kurz einwerfen, dass wir am 16.06. 16.06. Wo haben wir es denn dieses Mal Computer Club Österreich wieder das Open Data mit abhaben und wir hoffen, dass viele von euch kommen. Sonst noch jemand, der spannende Veranstaltungen hat oder was anderes loswerden möchte? Nein? Dann vielen Dank nochmal an alle Beteiligten, an alle, die heute präsentiert haben, an alle, die heute gekommen sind, nochmal ans MetaLab, nochmal an unsere Zauberer an den Tonpulten da hinten, die quasi den Mitschnitt gemacht haben und die Radioübertragung und ja, dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend. Es gibt ein paar Snacks, es gibt Getränke, es gibt gute Unterhaltung in Form von netten Menschen mit spannenden Themen und ich hoffe, wir machen alle noch das Beste aus diesem Abend und ich hoffe, wir werden uns alle nach der Sommerpause wiedersehen. Juli und August setzen wir aus und ab September geht es dann wieder los in alter Frische. Selbe Stelle, selbe Welle. Vielen Dank. Vielen Dank.